Herzlich Willkommen zu meinem Tutorial mit Gitarik und ich will schon mal zeigen was für Sounds es in Gitarik gibt. So jetzt passen wir mal ganz einfach hier. So jetzt fangen wir hier mal mit Styles in Metal an und do a Riff. Ok Ok, der nächste. It's a big monster. Big monster. Big monster. Big monster. Ok, der nächste. Slip. Slip Mart. Herzlich Willkommen. Oh, das wird geil. Was ist das für eine Frage? Okay, jetzt machen wir was anderes. Jetzt werden wir mal gucken. Ähm, Effekt. Spezial-Effekt. Dann mal gucken, wie dies anhört sich. Ähm, Don't be bad. Don't be bad. Das war mein erstes Video. Hey, das ist ein Let's Play. Genau, Let's Play. Gitarre-Video. Let's Play. Jeder macht Games. Ich mach Gitarre. Genau, genau das ist das Richtige. Yeah. Dann nehmen wir mal The Pitney. Was nehmen wir denn? Das ist The Screaming Seashow. Oh, ha, 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 ha. Das hört sich doof an. Lange das nächste Wawenschen. Porn-to-pod. Porn-to-pod. Porn-to-pod, nicht Porn-to-pod. Hallo, ha, 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 ha. Musik Den tatsächlich geilen Sounds draus bauen hier also als Guitar Rig Pro Jeder sagt ja so Scheiße, ich find das geil, man muss das nur richtig anklären, das ist alles Stil, Lack, Pitsch Pitsch, Knoppich Musik Musik Bei diesem was ich jetzt gespielt habe, da kann man es immer am besten hören, wie die Sachen klingen Musik So, wir machen jetzt was ganz anderes, jetzt gehen wir mal auf Guitar Amps Ultra Sonic Musik Und äh, nehmen wir mal, was nehmen wir denn da? Guitar Heroid Okay Musik 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 Das ist geil 6 Minuten haben wir schon, ja wunderbar Na was machen wir denn jetzt noch? Ähm, Songs haben wir hier, äh, Alternative, Pop, Classic Rock, mal gucken, was haben wir denn da, was haben wir denn da? Ähm, ja. Das war eine andere Frage, ich drehe mich noch ein bisschen um so, aha, sieht sich mal halbwegs. Ich muss hier reinsprechen, damit ihr euch überhaupt versteht. Ich habe hier eine geile Lichtstimme, genau, matschen, ich komme an eine andere Stimme, ne, matschen. Und das ist die Besser? Ja, nehmen wir mal wieder was anderes. Genau, nehmen wir mal eine Hip-Hop-Stimme. Haha! Ey, jo, 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 ey, boh, ey, jo, 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 oe, oe, jo, oe, oe, das ist meine Hip-Hop-Stimme. Scheiße, Hip-Hop! Ich gehe mal gerade Toilette Hip-Hop ausscheißen. Hahaha! Ich habe hier! Hey, nein, nein, du bist schwarzen! Okay, es geht weiter. Schau mal die andere Stimme mal weg. Oh, hier, pass auf. Nehmen wir mal eine andere Stimme. Radio. Radio. Okay, Prost, ne, Prost. Warte, ich trink das jetzt so, oder wat? Haha, von wegen. Okay, jetzt gehen wir an den Let's Play, ähm, Let's Play Guitaric mal weiter. Wir machen mal weiter. Baby, Let's Play Guitaric Pro. Ihr wollt bestimmt noch was hören und nicht mein Gelaber, oder? Mauer Männchen. Mauer Gott's Love, Mauer Gott's Love. Ich muss überlegen, was wir überhaupt machen. Momentchen, hier gibt es eine Einstellung Die, Momentchen. Nicht Die im Back, sondern hier gibt es, äh, Momentchen, Stiles, Metal, hat man hier unten, ja. Dombeck's Delight, Dombeck, ja. Also, das, äh, das hört sich an wie Dimeback, ja. Aber da haben sie Dombeck draus gemacht. So, mal gucken. Dombeck's Delight. Von November 1, 0, 0, 0. Yeah, what the fuck, Dombecks Gleit war das, yeah! Hier haben sie auch Korn Now, ja, das soll irgendwie ein Abklag sein von Korn, mit C geschrieben. Jawoll! Okay, dann kommen wir nach dieses Chemical Trash, Chemical Trash, Baby! Das Beste von Silent Tracker ist Chemical Trash, a Thresh, a full of Thresh. Stop! Ihr habt nichts gehört? Ah ja, ähm, das Wichtigste haben wir ja hier noch, ja? Ja, das ist, das ist hier dieses, äh, ich mach mal dran, ja, das ist, äh, sehr wichtig, immer der vierte Takt. Da muss den Tag halten, auf jeden Fall, ich hab's nicht gemeint, nein? Ich mach das wieder aus. Ja, ja, na, was haben wir denn da noch? Äh, Entschuldigung, ja. Ja, wer sollt ihr denn noch, wer sollt ihr denn noch, da sollt ihr noch ein Ruck and Surf? Was haben wir denn da? Surfing! Mal gucken, was das ist. Okay. Stop. Stop. Ich bin der Pro-Guitarspieler. Pro-Gamer, Pro-Gitarren-Player. Hört sich strange an, scheiße. Rocking Cats. So, ich zeig mal so, das kann man hier zum Beispiel machen. Ähm, ähm, das heißt, Mo-Gitarren-Phoenix, das ist, nee. Kurt in the Bloom, was ist das denn? Dann könnt ihr hier einstellen. Und die haben wir mit Blast. Genau da. Ich liebe die, die haben das bisschen düsteln. Dann gibt es ja, äh, Turbicon, Turbicon, den man immer noch. Das würde das dazu passen. Okay, genug gebläckert. Alles klar, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euer Silent Treasure, bis irgendwann. Das war einmal ein Fun-Video mit Guitarr-Rick. Ich habe das einfach mal ausprobiert. Ich jag das einfach mal hoch und dann könnt ihr mal entscheiden, was ihr wollt, wie ihr das findet. Warte. Ja, genau. Ich würde euch mal sagen, ach, pass mal auf hier. Ich habe nämlich auch so ein neues Teil gekauft hier, wenn man in der Stimme. Dann machen wir mal hier den Hard Rock. Ich gucke mal hier auf Voice. Das fand ich jetzt so geil. Du weißt, es ist so, es ist fair. Es ist Roboter. Ich suche das gerade mal raus. Hallo. Hallo. Und hier. Wo habe ich das denn jetzt hier? Hallo. Hip-Hop. Ich hatte hier was Schönes. Was ist denn? Hallo. 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 Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben Harmonika. Doppel-Voice. Doppel-Voice. Triple-Voice. 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 Six-Voice. Six-Voice. Und der Vierer of Harmony. Trier of Harmony. A Coincident. Radio. Clues. Sine-Voice. Pitch. Chromonic. Robot. Hey. Hier ist es. Hallo. Hallo. Ich habe es gefunden. Warte mal. Genau. Arena. Ja, meine liebe Leute von heute. Juhu. Ich bin Silent Treasure. Und ich, ja, jetzt ist genug gespielt. Ich verabschiede mich hier von euch. Dankeschön für ihn, dass sie zugehört haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Zei. Bye, bye. Tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Untertitelung des ZDF, 2020